Berate aus und bewegen es könnte ich jetzt gehen. Berate aus und bewegen es. Ich habe heute da eine verliebte Maus. Und wenn es mehr nicht ist, dann ist das diese. Gold kann ich gebrauchen. Wenn ich mich nicht alles täusche, habe ich nämlich wieder eine Etage geschafft. Jetzt würde ich mal sterben. Dafür taugt einfach nichts. Da haben wir... Warum kann ich Skulls mitnehmen? Ich meine, ich kann damit nichts machen, oder? Die ist ja richtig schön platziert. Das ist nur ein Wurm. Wurm kann nicht auf die Entfernung angreifen. Das gibt es doch nicht, diese verfickten Springe da. Ich kriege so ein Raumschild. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 6. Das ist jetzt schwierig. Ich glaube, ich nehme das mit. Bin ich halt langsam wie Sau jetzt. ja doch den unterschied ich glaube dass man springt nur so minimal wenn man darauf tritt es ist auch nicht sonderlich lustig nicht hilfreich hier mit dem todesvulkan der einen umbringen will super meat boy was das muss ich auch irgendwann noch mal spielen ach wieder hier gut dann da vorne rechts und geradeaus und immer 11 bis 16 aber hallo das ist doch mal ein upgrade doch gerne mal mit jetzt musst du abbrechen ich habe sie erst mal verjagt ich habe einen hammer ins gesicht du Pisser was wüssten wir denn jetzt aus nach excel 6 bis 8 das ist doch schon eine sache macht auch nie mehr eindruck auf spinnen ich ja so auch immer kleine hausspinnen einfach mal vorschlagsammer drauf knüppeln erstaunliche vernichtungswirkung ich muss jetzt mal diesen wurm töten ohne dass er mich killt das geht er kommt er nicht raus na das sind ja gut das war jetzt vorbeigeschlagen und jetzt will er abhauen ich kümmere mich erst mal um andere Sachen bevor ich die dunkelheit hinterher folge ich muss erst mal töten so auch noch einen wurm ich kann um die ecke schlagen ehrlich beziehungsweise der kann nicht um die ecke springen no room scroll of freezing so room room ist in der tat gerade mal wieder schwierig ich komme gleich nochmal wieder so merken wir uns müssen da nochmal hin ich habe ja noch hier zwei Gegner irgendwo mindestens zwei Gegner da kann ich ja noch eine Waffe kaputt schlagen aber da ring of health health plus drei na ich bleib beim speed glaube ich ich bleib beim speed ich bleib beim speed kokain ist einfach nichts für mich so mhm tot schlagen ja gehen wir ins wasser das ist ah da ist ein wurm kommst du mal her Was ist denn hier noch so? Eine Todesfange. Ich weiß, wie wir schaden die man, aber ich glaube, die killt nicht instant. Also die Gegner auf jeden Fall nicht. Moment, was, da ist noch Lava. Okay, da komme ich glaube ich nicht hin. Das war ich überall, ne? Ja, lassen wir ab. Aha. Na, schade, kein Gegner mehr drin. Schade. Wäre schon schön gewesen, hätte ich noch mehr Erfahrungspunkte abgleichen können. So, da war ich schon drin. Da war ich schon drin. So. Das war jetzt mit dir. 5 zu 12. 10 zu 12. 8 zu 10. 4 zu 6. Ist das jetzt? Das heißt, die Bomben benutze ich eh irgendwie nicht mehr so wirklich. Würdest du bitte mal... Nein. Das Inventar-System ist sonst so ein bisschen... Moment, da ist ein Platz frei. So, weil ich die Bombe weggebrochen bin. Wie voll Idiot. Gut, behalten wir die Bomben mal. Wir behalten die Bomben offensichtlich noch ein bisschen. Das ist viel spannender, wenn du nicht schon nicht stimmst. Was? Ne. Was halte ich jetzt für ein Gerücht? Wer will das denn bitte sehen, wenn ich nicht ständig sterbe? Außerdem. Ich habe irgendwie nur eine Folge. Und... Das heißt, ich bin noch gar nicht gestorben, weil... Der Rest ist verschütt gegangen. Ich weiß nicht wieso, aber... Ich war der Meinung, ich hätte das schon mal hochgeladen. Aber ich habe es scheinbar nicht, aber auch nur Folge 4. Ich verstehe es nicht so ganz. Ist jetzt ärgerlich, aber... Was wirst du machen? Ja, passt... Ich passe noch nicht durch. Ich gehe halt so... Ich bin jetzt irgendwo runterfallen und sterben. Das wäre jetzt... Wo kommst du denn noch her? Ich dachte, ich hätte alles getötet. Das war wohl eine Fehleinschützung meinerseits. Aber jetzt ist alles tot, hoffe ich. Das sieht so aus, als könnte man das irgendwie... Nein. Lost City. Ist das jetzt wieder so ein Zwischenspeicherpunkt? Oder... Also... Punkt, wo ich technisch handeln kann? Oder ist das jetzt auch so... Na, ich werde hier sehr herzlich willkommen geheißen. Ich sehe schon. Spelunking. Ich gehe aufsichtig mal da lang. Okay. Das sieht nur so aus, als würde es einen gleich instant killen. Bounce, bounce. Noch mehr Bounce. Stuck. Ich habe ganz vergessen, man konnte die Türen hier aufschlagen. Secret has been revealed. Ähm... Okay. Mhm. Ich hätte es aber gern... Oh Gott. Ich hätte gern die Note noch. Ich hätte gern die Türen hier aufschlangen. Okay. Moment. ich habe geist angezündet ich warte einfach mal so ein bisschen was passiert ja ich habe glaube ich geist angezündet kann man keine geist anzünden und ich kann es auf tot schlagen mit einem kolben von daher passt schon und die bluten auch die bluten kann man sie töten das geheimnis wollte ich glaube ich gar nicht jetzt kann wieder entry wird wollen die mich gar nicht töten deswegen halte es auch ihre hände so komisch na da springe ich nicht einfach runter ich komme da nicht mehr hoch zunächst mal gebringt achten war ich gleich ein level ab hier sind bestimmt noch mehr gegner oder den einen geist spare ich mir mal für gleich auf das ist nämlich mein level up geist wieso dürft ihr dinge zerstören sehe ich jetzt gar nicht dass ihr das dürft das ist irgendwie ungünstig dass ich da hier schon drin stehe ja die geister sind so ein bisschen kacke exzellent heaterschild was kann meins ah meins hat noch attack plus nix ihm ist immer heiß was geht man schon die auftung waren die schön aufreger ja am freitag was doch schon sehr heiß vor allem in der rechner nebenbei auch noch so mit acht heizt ja sieben außerdem bin ich halt ein heißer kerl was soll ich machen ähm ich brauche jetzt nicht mehr leider sterben so gut was haben wir denn da noch so vielleicht so ein bisschen was zum heilen wäre ganz geil das ist ein batsch ok da geht es offensichtlich nicht rum hm hm ok das kriege ich offensichtlich nicht auf so richtig sieben das schild brauche ich nicht mehr hier ist das das hüliaschild bei mir war es kühl ja gut so wo bin ich denn jetzt sie war eins das heißt ich kriege jetzt keinen händler und nix na geil nein die rissinterwand haben gar nichts zu bedeuten ok 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 worauf habe ich jetzt nicht mehr gegner die verkiften das wäre ganz nett wenn ich die nicht mehr hätte so statusveränderungen sind ganz ganz unschön auch so ruhig hier gefällt mir ja gar nicht ok da hinten ist eine nein das ist ein wurm ok wir haben wieder gegnern unsere giften dummer misst ein dummer scheiße scheiße was habe ich denn noch so ich habe nichts mehr zum heilen ich habe ohne ende Waffen aber nichts zum heilen toll ich brauche immer exakt das was ich nicht brauche wie in der realität das ist halt mir jetzt auch im seelen im abfluss war der entwickler etwa faul hätte ich erst noch rein erwartet hey bomben ach geil weißt du was ich will nicht ich will nicht für für habe ich immer platz was bist du denn ach du hast mir das mein Name ich muss ja erstmal die Typen erledigen bisschen weg gehen sonst kriege ich meinen das kann man bestimmt zerschlagen aah no room äh drei chargers mit danke ale guck ich habe noch ein ale jetzt stehen das ist schon mal sehr sehr gut das heißt ich habe noch ein ale jetzt stehen noch mehr zum heilen ich kann es doch grad nicht mitnehmen du hast in diesen Kisten jetzt auch wieder gegner gute Frage ich habe mich trotzdem vielleicht nicht von allem sofort immer treffen lassen aber hier hat man nicht so viel verwinkeltes Zeug das ist doch schon mal besser ja guckst du nicht auf einmal her oh Gott zwei Gegner da habe ich zweimal so viel Spaß gehabt kann ich da einen Knüppel haben nein ich gebe nur einen langweiligen Bogen jetzt hat der 7 zu 14 5 zu Feier der macht noch 6 zu die Fenster abgelehnt ja abgelehnt ich sollte mich nicht so oft treffen lassen jetzt darf ich mal auch einen Apfel für einen Apfel habe ich Raum können gleich mal essen den Apfel ja ich brauche noch ein bisschen mit dem nächsten Level und dann hole ich mir besser auch gleich das Aisens vergesse ich es noch ich war noch mal direkt hol ich mich und dann hoffentlich das auch ihr w w w w w w w